Hallihallo zusammen, hier ist wieder einmal Luxanwunder mit einem Tutorial und zwar heute wieder mit einem Backtutorial und zwar für den besten und den einfachsten No-Bake-Cake, den ich kenne. Das ist ein hervorragendes Rezept, ein super Backrezept, das fast keine Arbeit macht und das ganz, ganz hervorragend schmeckt. Ein No-Bake-Cake, also ein Kuchen, der nicht gebacken werden muss aus nur zwei Zutaten und zwar brauchen wir dazu einmal Nuss-Nubert-Creme, hier zum Beispiel Nutella, ein Teller, ein Messer oder ein sonstiges Schmierinstrument und eine Tasse, zum Beispiel diese wunderschöne WTF-Tasse. Haha, get product placed. Und was wir dazu noch brauchen, ist eine Scheibe Weißbrot, weiches, frisches Weißbrot. Wofür wir die Tasse nehmen ist, mit der Tasse bringen wir jetzt quasi dieses Weißbrot in Kuchenform, indem wir das einfach hier kuchenhaft ausstanzen. So, die Kruste ziehen wir ab, und dann haben wir hier die Grundform für unseren Kuchen, also der Kuchenboden sozusagen. Und diesen Kuchenboden füllen wir jetzt auf mit unserer Backmasse, in diesem Fall Nutella. So, dann nehmen wir einfach quasi reichlich hier Nutella mit dem Messer aus dem Glas heraus und platzieren quasi die Nutella mit, wie soweit mit diesem Backspachtel hier, auf der Oberfläche unseres Kuchenbodens. So viel, wie man eben will. Da kann man ein bisschen mehr, kann man ein bisschen weniger, je nachdem wie süß man seinen Kuchen haben will. So, und schon ist er fertig, der No-Bake-Cake Nuss-Nougat-Style. Und den kann man jetzt genau so servieren, auf einem schönen Kuchenblech, weil vielleicht kann man auch noch ein bisschen, wenn man will, für die Deko, das wäre dann die dritte Zutat, dass man hier noch ein bisschen Sprühsahne drauf tut, um es ein bisschen zu verschönern. Ist das nicht ein Hammer? Ein super einfaches Backrezept, No-Bake-Cake Nuss-Nougat-Style. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Backen lernen mit Lux an Wunder.